Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Grundlagenvideos. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen oder übersprungen haben solltet, so bitte ich euch, wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch bitte ein Like und ein Abo da. Vielen Dank schon mal. Und nun geht's los mit dem zweiten Teil. Wir wünschen euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Pool Grundlagenvideos. In diesem Teil werden uns die Abhängigkeiten der Parameter mal genauer anschauen. Ich werde ein paar Rechenbeispiele dazu geben. Ich werde Richtwerte nennen, wie sie, ich sag mal, in Deutschland üblich sind und ich werde eigene Empfehlungswerte euch an die Hand geben, womit ihr dann immer grob wisst, aha, so und so viel muss im Wasser drin sein, dann bin ich einigermaßen auf der sicheren Seite. Für alle, die die Teil 1 nicht gesehen haben, ich habe in Teil 1 die Parameter im Allgemeinen erklärt und die Grundlagen. Deswegen werde ich jetzt im Teil 2 nicht nochmal alles bis ins Detail erklären. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht wisst, was der Cyanosäurewert ist oder was ein TA, sprich die Alkalinität ist und so weiter und so fort, dann schaut euch bitte nochmal Teil 1 an. So, legen wir los. Die Abhängigkeit der Parameter. Wir starten ganz kurz bevor wir zum Eingemachten übergehen sozusagen nochmal die Abhängigkeiten erklärt, dass der pH-Wert und der Cyanosäurewert einen Einfluss auf das aktiv wirkende Chlor hat. Ich hatte schon im Teil 1 angesprochen gehabt, dass je höher der pH-Wert liegt, desto geringer der Anteil des aktiv wirkenden Chlores in eurem Wasser ist und genauso verhält sich das auch mit der Cyanosäure. Also je höher die beiden Werte sind, desto weniger aktiv wirkendes Chlor habt ihr bei euch im Wasser. Der TA, also die Alkalinität oder Karbonathärte, hat einen Einfluss auf den pH-Wert. Und zwar ist sie dazu da, pH-Schwankungen auszugleichen, sprich Stabilität hineinzubringen. Das Thema hat mir in Teil 1 ja auch schon genauer besprochen, also bitte schaut euch den nochmal an, falls da Fragen aufkommen sollten. Die Abhängigkeit der Parameter. Bevor ich jetzt loslege, ich werde das gleich im Diagramm zeigen. Und here it is. Hier ist das Diagramm. Jetzt lasst euch nicht abschrecken. Ich werde ganz kurz auf die Diagramme eingehen. Ich werde ein paar Werte zeigen, gleich rechts an der Seite. Es werden auch ein paar, also es werden einige Werte sein. Ihr müsst euch die aber nicht merken. Es geht sich jetzt hier wirklich nur darum, dass ihr das System dahinter begreift, warum es so ist oder inwiefern jetzt, sag ich mal, der Anstieg des pH-Werts Auswirkungen auf das aktive Chlor in eurem Wasser hat, also dem HOCl. Ganz kurz angemerkt, wie dieses Diagramm zustande gekommen ist. Das habe ich mir quasi selbst erstellt und zwar mit der Pool-Lab-App. Das habe ich unten links ins Diagramm reingeschrieben. Und zwar bin ich einfach hingegangen in der Pool-Lab-App, habe mir den Cyanosäure-Wert auf 0,0 ppm eingestellt, den freien Chlor-Wert auf 1,0 ppm und bin dann einfach Schritt für Schritt wirklich die pH-Werte von 6,4 bis 8,5 hochgegangen. Bis 8,4 ist abgebildet hier im Diagramm und habe mir die Werte notiert und so dieses Diagramm erstellt. Die Diagramme sind nur ein grober Richtwert. Das ist, also wenn ihr es haargenau haben wollt, müsst ihr die App nutzen zum Berechnen der Werte. Das ist jetzt nur, um eine Tendenz euch aufzuzeigen. Aber im groben haut das hin. So, wenn wir uns jetzt mal die Graphen anschauen, haben wir hier links auf der Y-Achse unser aktives Chlor aufgetragen. Hier steht es auch HOCl im Prozent. Wir haben auf der X-Achse den pH-Wert aufgetragen. Und was sofort auffällt, wenn wir bei einem pH-Wert von 6,4 starten, haben wir irgendwas um die 93 Prozent aktives Chlor, also aktiv wirkendes Chlor in eurem Wasser. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, falls ihr Teil 1 nicht gesehen haben solltet. Das HOCl, also das aktiv wirkende Chlor, ist das, was desinfizierend in eurem Wasser wirkt. Es gibt noch das OCl. Das habe ich hier rechts noch stehen, neben dem Diagramm. Das ist das Hypochlorid. Das hat so gut wie keine desinfizierende Wirkung mehr. Und wir werden es jetzt mal anschauen, inwiefern sich das verhält. Also bei einem pH-Wert von 6,5 habe ich hier angefangen, haben wir 92 Prozent aktiv wirkendes Chlor, HOCl, und von dem Hypochlorid, dem OCl, haben wir 8 Prozent. Das bedeutet, wir haben einen hohen Wert an aktiv wirkendem Chlor in unserem Wasser, der desinfizierend wirkt, sind aber vom pH-Wert natürlich zu niedrig. Bei einem pH-Wert von 7, kann man hier beim Diagramm auch grob nachgehen, dann sind wir bei ungefähr 78 Prozent. Also nicht nur ungefähr, ich habe es ja errechnet, wir sind bei 78 Prozent und beim OCl bei 12. Beim pH-Wert von 7,5 landen wir dann bei 52 Prozent aktiv wirkendes Chlor und beim OCl bei 48 Prozent. Und ihr ahnt es schon, je höher der pH-Wert steigt, das sage ich ja die ganze Zeit, desto geringer ist der Anteil von eurem aktiv wirkendem Chlor im Wasser. Gehen wir gegen pH 8, habt ihr nur noch 26 Prozent im Wasser. Es mag der eine oder andere sagen, ja, 26 Prozent ist ja besser als nächstes, ja. Aber wir kommen noch zum Punkt der Cyanosäure, wir sind ja noch nicht fertig. Also ganz grob einfach merken, je höher der pH-Wert, desto geringer ist der aktive Anteil meines Chlors im Wasser. Mehr braucht ihr nicht wissen. Ihr müsst nicht die Werte hier auswendig lernen, das ist Quatsch. Wenn man so grob weiß, bei pH 7,0 haben wir knapp 80 Prozent HOCl und beim pH-Wert 7,5 bei knapp 52 Prozent HOCl, dann reicht das vollkommen aus. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Werte ein, wie sie ja eigentlich im optimalsten Fall bei uns im Poolwasser sein sollten. Also 7,0 wäre ja der optimalste Wert, sage ich mal, weil da haben wir am meisten des aktiv wirkenden Chlors im Wasser. Ich nenne das ab jetzt nur HOCl. Bei einem pH-Wert von 7,1 sackt das schon auf 73 Prozent ab. Bei 7,2 haben wir nur noch 69 Prozent, 7,3 63 Prozent und bei einem pH-Wert von 7,4 nur noch 58 Prozent. Und deswegen auch die Range hier. A ist das gut hautverträglich, sage ich mal. B ist es gut für den Pool verträglich, weil keine Oxidation, keine Korrosion auftreten kann. Und C ist es gut, weil wir in dieser Range immer noch roundabout bis zu 60 Prozent HOCl in unserem Wasser haben. Kommen wir zur Auswirkung der Cyanosäure auf das HOCl. Auch hier habe ich wieder einen Graphen vorbereitet. An dieser Stelle muss ich kurz erwähnen, dass dieses Diagramm und die Werte dahinter für dieses Diagramm mir von Herrn Lambert von pooldigital.de zur Verfügung gestellt worden sind. Nochmals vielen Dank, Herr Lambert. So kann ich euch den Graphen zeigen, wie jetzt die Cyanosäure auf das HOCl wirkt. Unten links haben wir hier beim Graphen auch die Quelle nochmal genau benannt. Hier unter diesem Link könnt ihr diesen Graph auch nochmal selbst nachschauen und euch noch andere Informationen dazu einholen. Gut, fangen wir hier beim Cyanosäure-Wert an. Auch hier habe ich wieder rechts die Werte aufgeschrieben. Wenn wir 1 ppm Cyanosäure bei unserem Wasser haben und nochmal als Erinnerung 1 ppm gleich Milligramm pro Liter. Bei 1 ppm Cyanosäure in unserem Wasser haben wir noch 97 Prozent der HOCl frei in unserem Wasser. Also wirkend. Hier nochmal ganz kurz. Die Cyanosäure bindet ja das freie Chlor an sich so, dass es nicht wirken kann. Das ist quasi in einem gebundenen Zustand mit der Cyanosäure eingegangen ist. So einer chemischen Verbindung mit der Cyanosäure. Das hat nichts mit dem gebundenen Chlorwert zu tun. Nur, dass wir da nicht durcheinander kommen. Aber nochmal. 1 ppm 97 Prozent. 5 ppm haben wir nur noch 78 Prozent von dem HOCl in unserem Wasser. Bei 10 ppm, das habe ich hier auf dem Diagramm auch mal markiert mit dem blauen Kreis, haben wir nur 63 Prozent unseres HOCl im Wasser. 37 Prozent sind an der Cyanosäure gebunden in dem Fall. Das heißt inaktiv. Bei 15 ppm haben wir noch knapp 50 Prozent und bei 20 ppm liegen wir bei 47 Prozent. Warum ist jetzt 20 ppm hier rot markiert, sprich hier nochmal rot umrandet? Das ist ganz einfach, weil das der, ich sag jetzt mal, Empfehlungswert ist in eurem Pool, den ihr einhalten solltet. Alles bis 20 ppm ist noch in Ordnung. Ihr habt also bis 20 ppm grob 50 Prozent HOCl in eurem Wasser wirken. Alles darüber hinaus, wie wir hier sehen können, bei 25 oder 30 ppm haben wir nur 43 oder 40 Prozent aktiv wirkenes Chlor. Gehen wir weiter. 40, 50 oder 80 ppm. Seht ihr, dann sagt das in kleineren Schritten zwar ab, aber es sagt bis auf 31 Prozent. Und wenn man jetzt mal genau hinguckt, ich sag mal ab grob 20 ppm oder 15 ppm flacht die Kurve in etwa ab. Das heißt, der prozentuale Anteil des aktiv wirksamen Chlors in unserem Wasser nimmt immer weniger ab, also in immer kleineren Schritten. Dennoch sollte man schauen, dass wir so um die 20 ppm im Wasser nur haben, also 25 ppm geht auch noch, so dass wir noch mindestens um die 43 bis 50 Prozent oder 47 Prozent HOCl in unserem Wasser an freien Chlor haben. Denn wir müssen das mit dem pH-Wert in Einklang bringen. Das heißt, der pH-Wert nimmt uns ja schon HOCl weg, dass wir weniger HOCl im Wasser haben. Je höher der steigt, desto weniger haben wir im Wasser. Und der Cyanosäurewert klaut uns auch noch mal was von unserem aktiv wirksamen Chlor. Ich hatte schon im Teil 1 darauf hingedeutet, dass in vielen Foren oder auch allgemein die Cyanosäure immer so ein bisschen verteufelt wird. Ich hatte euch da ja den Graphen gezeigt, wie stark sich das Chlor, das freie Chlor im Pool abbaut, nach einer Stunde Sonneneinwirkung auf das Poolwasser. Und da konnte man ja schon sehen, dass Cyanosäure auch hilft, weil wenn wir keine Cyanosäure drin haben, haben wir nach einem sonnenreichen Tag so gut wie kein Chlor mehr in unserem Wasser, wenn wir Pech haben. Je nachdem, wie lange die Sonne wirklich drauf strahlt. Wenn wir Cyanosäure in unserem Pool haben, wirkt das ja als Stabilisator für das Chlor und wir haben nur einen geringeren Verlust, also um die 15 Prozent war das da. Und auch hier würde ich wie gesagt empfehlen, wenn ihr mit anorganischem Chlor Chloren wollt und ihr habt den Pool neu befüllt, nutzt am Anfang erstmal organisches Chlor, bringt den Cyanosäurewert eures Poolwassers auf grob 20 ppm und sobald ihr die 20 ppm erreicht habt, könnt ihr auf das anorganische Chlor zurückgreifen, welches ja kein Stabilisator, sprich keine Cyanosäure mehr beinhaltet. So bringt ihr keine neue Cyanosäure mehr in euer Poolwasser mit ein. So habt ihr zumindest einen Stabilisator in eurem Wasser mit drin. Der Chlorwert wird an einem sonnigen Tag nicht so stark schwanken. Ihr braucht den nicht so oft nachmessen, überprüfen und ihr braucht auch nicht so oft Chlor in eurem Pool hinzuzugeben, weil beim anorganischen Chlor, wenn ihr das ohne Cyanosäure verwendet, immer daran denken, an einem sonnenreichen Tag kann es sein, dass ihr mehrfach den Chlorwert bestimmen müsst und auch Chlor nachschütten müsst. Besonders wenn dann an einem badereichen Tag viel Harnstoff eingebracht wird, weil das Chlor reagiert ja gerade mit dem Harnstoff, was ja über die Haut oder auch über Urin und weiß der Teufel in den Pool eingebracht wird und somit verbraucht sich das schneller. Nicht nur die Lichteinstrahlung, sprich das UV-Licht verbraucht das Chlor, sondern auch der Temperaturanstieg. Also in richtig heißen Tagen, wie wir es momentan haben, mit 39 Grad draußen, könnt ihr dem Chlor quasi zugucken, wie er verschwindet aus eurem Wasser. Dann ist so ein Stabilisator Gold wert oder auch wenn ihr in Urlaub fahren wollt, ihr seid ein, zwei Wochen weg, dann ist es immer von Vorteil, wenn ihr Cyanosäure im Wasser habt, weil der Chlorwert sich stabiler über längere Zeit hält und nicht so schnell abgebaut werden kann oder aus eurem Wasser entfleucht sozusagen, also sich abbaut. Also hier merken, je höher der Cyanosäurewert, desto geringer der HOCl-Wert in unserem Wasser. Deswegen immer einen Wert von maximal 20 oder 25 ppm und danach sollten wir zugucken, dass der Wert hinabgesenkt wird, also gegen 20 oder 15 ppm oder ihr wechselt einfach auf anorganisches Chlor über und bringt somit keine Cyanosäure mehr in euer Wasser ein. Okay, noch mal eine Anmerkung zur DPD-Chlor-Messung. Bei manchen, vorhin habe ich gelesen, dass manche Leute nicht ganz verstanden haben, was jetzt wie wo gemessen wird und ich muss zugeben, ganz am Anfang war ich auch etwas verwirrt. Deswegen will ich euch jetzt mal hier genau aufzeigen, was messe ich überhaupt bei der DPD-1-Messung und hier ist es jetzt auch egal, ob ihr den Pool-Lab selbst nutzt oder eine Schüttelküvette oder einen anderen Test. Ihr messt mit dem DPD-1-Wert mit den Tabletten immer den freien Chlor-Wert. Freie Chlor-Wert in dem Fall abgekürzt mit FCL. So, genauer gesagt reagiert, wenn ihr jetzt euer Poolwasser genommen habt, ihr schmeißt die DPD-Tablette da rein, zerstoßt die oder schüttelt die, bis sie sich aufgelöst hat, dann reagiert diese Tablette mit dem HOCL und dem OCL, also mit der hyperchlorigen Säure, also dem wirksamen Chlor und dem Hypochlorid, dem OCL. Das, was so gut wie keine Desinfektionswirkung in eurem Wasser hat. Zusätzlich reagiert die Tablette aber auch mit dem freien Chlor, was zurzeit an der Cyanosäure gebunden ist. Das Ganze nennt sich Hydrolyse-Gleichgewicht. Das hatte ich in Teil 1 schon erklärt und zwar, ihr habt jetzt zum Beispiel 20 ppm Cyanosäure in eurem Wasser drin. Das bedeutet, dass ihr ca. 47%, sagen wir mal 50% aufgerundet an HOCL in eurem Wasser habt. Das bedeutet aber auch, dass die anderen 50% an der Cyanosäure gebunden sind. Und jetzt in diesem Fall reagiert die Tablette nicht nur mit dem freien Chlor, dem OCL und dem HOCL, also was freiem Wasser schon verfügbar ist, sondern auch mit dem an der Cyanosäure gebundenen. Sobald die Tablette anfängt zu reagieren, wird das HOCL und das OCL sozusagen verbraucht. Bei diesem Verbrauch kommt dieser sogenannte Farbumschlag zustande. Das heißt, das Wasser färbt sich rot, rosa, in welche Richtung auch immer. Während sich das HOCL und das OCL verbraucht, gibt die Cyanosäure das an sich gebundene Chlor aber wieder frei, sodass wieder neues HOCL sozusagen in eurem Wasser zur Verfügung steht. Und zwar das, was die Cyanosäure freigegeben hat. Das macht die Cyanosäure so lange, bis das HOCL im Wasser verbraucht ist und die Cyanosäure kein Chlor mehr freigeben kann, weil nichts mehr an der Cyanosäure selbst gebunden ist. Das bedeutet, alles was an freiem Chlor und an der Cyanosäure ehemals gebundenem Chlor zur Verfügung steht, ist nun in einem Farbumschlag übergegangen, sprich vollständig verbraucht worden in der Reaktion. Das bedeutet aber auch, dass ihr das gesamte freie Chlor messt. Also alles, was in eurem Poolwasser an Chlor zur Verfügung steht, auch das an der Cyanosäure gebundene Chlor, wird komplett gemessen. Das wird komplett verbraucht sozusagen. Hier wieder zu beachten, dass das freie Chlor nicht das aktiv wirksame Chlor ist. Das hatten wir ja gerade kurz zuvor gehabt. Also immer im Kopf behalten, wenn ihr eine DPD-1-Messung durchführt, habt ihr quasi gesehen, erstmal alles an frei verfügbarem, theoretisch frei verfügbarem Chlor in eurem Wasser. Aber ihr müsst immer noch den pH-Wert und die Cyanosäure damit einrechnen. Ein weiteres interessantes Detail der DPD-1-Messung ist, dass während der DPD-1-Messung die Pufferlösung oder euer Probevolumen von der Tablette selbst auf einen pH-Wert von 6,2 bis 6,5 gebracht wird, herabgesenkt wird von pH-Wert. Jetzt könnte der eine oder andere auf die Idee kommen und sagen, aha, bei einem pH-Wert von 6,2 bis 6,5 zeigt er ja im Endeffekt mehr Chlor oder mehr aktives Chlor an, weil bei einem niedrigen pH-Wert mehr HOCl, also aktiv wirksames Chlor, zur Verfügung steht. Aber auch jetzt nochmal da ganz kurz nur erwähnt, lasst euch da nicht verwirren, das ist Quatsch, weil während der DPD-1-Messung ja das komplette HOCl, OCl und das an der Cyanosäure gebundene Chlor freigesetzt wird, mit der Testtablette reagiert und einen Farbumschlag übergeht. Das heißt, ihr habt quasi gesehen, den gesamtfreien Chlor-Wert bestimmt. Und ob ihr das jetzt bei einem pH-Wert von 6,5 macht oder bei einem pH-Wert von 7,0, ist es egal, weil der Wert, den ihr rausbekommt bei einer freien Chlor-Messung, den setzt ihr selbst hinterher in Relation zum pH-Wert und zu eurem Cyanosäure-Wert in eurem Wasser. Oder ihr rechnet das per App, die macht es automatisch. Also die passt das an, weil ihr den Cyanosäure-Wert und den pH-Wert in der App mit angeben müsst. An der Stelle möchte ich ganz kurz eine Korrektur, sprich einen Nachtrag machen. Und zwar habe ich im Pool-App-Test-Video, also ich damals darüber gesprochen habe, wie man das freie Chlor misst, gesagt gehabt, weil ich es nicht genau wusste zu dem Zeitpunkt, dass wenn ihr das freie Chlor messt, dass man sich beeilen muss, weil sonst das an der Cyanosäure gebundene Chlor mit und mit abgegeben wird und somit der Wert über die Zeit ansteigt. Das Ganze habe ich mal getestet. Also ich hatte ja damals, wo ich den Pool-App getestet habe, noch keine Cyanosäure im Wasser gehabt. Da war der Pool gerade frisch aufgesetzt sozusagen. Wir haben ja so einen Frame-Pool. Mittlerweile habe ich 20 ppm Cyanosäure im Wasser und habe die Messung wiederholt des freien Chlors, also mit der DPD-1-Tablette. Dazu bin ich hingegangen, habe erstmal den Cyanosäure-Wert bestimmt, also die 20 ppm Hammer. Dann bin ich dazu übergegangen und habe das freie Chlor gemessen mit der DPD-1-Tablette und habe nach einer Minute 22 das erste Mal gemessen, weil ich erstmal die Tablette lösen musste. Deswegen nicht genau eine Minute. Und dann habe ich nach zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten und acht Minuten gemessen. Also ich habe genau acht Messwerte ermittelt. Nach einer Minute 22 lag der Wert bei 1,91 ppm freien Chlor. Bei den anderen Messwerten, also von zwei bis acht Minuten, lag der Messwert immer genau bei 1,92 ppm freien Chlor. Die Abweichung von 0,01 ppm freien Chlor in dem Fall liegen genau in der Range, also in dem Schwankungsbereich, den der Pool-Lab hat. Also somit können wir als Fazit sagen, dass an der Cyanosäure gebundene Chlor wird sofort innerhalb von ein paar Sekunden mit verbraucht und geht mit in den Farbumschlag über. Und es gibt nicht nach einer gewissen Zeit einen weiteren Anstieg durch das an der Cyanosäure gebundene Chlor, weil dies unmittelbar mit in die Reaktion mit eingeht und direkt den Farbumschlag erzeugt. Also es dauert nicht erst ein paar Sekunden, bis das an der Cyanosäure gebundene Chlor abgegeben wird, sondern das an der Cyanosäure gebundene Chlor wird sofort mit in die Reaktion mit reingenommen und mit in den Farbumschlag eingerechnet sozusagen. Also es reagiert sofort mit und steigt nicht mehr an über die Zeit. Somit muss ich meine Aussage da revidieren und sagen, ihr könnt ganz bequem die DPD-1-Messung, sprich die freie Chlormessung, vornehmen, ohne euch beeilen zu müssen. Dann kommen wir zur DPD-3-Messung, also dem Gesamtchlor oder Totalchlor. Dieser reagiert mit dem gebundenen Chlor, also den Chloraminen im Wasser. Wir erinnern uns, wir hatten ja Monodi- und Tri-Chloramine im Wasser beim gebundenen Chlor. Das ist quasi das inaktive verbrauchte Chlor, das Abfallprodukt des Chlores sozusagen, also unwirksames Chlor. Das bedeutet, bei der DPD-1-Messung, dem freien Chlor, messt ihr alles, was so frei im verfügbaren Chlor theoretisch vorhanden ist, also auch was von der Cyanosäure wieder abgegeben werden kann. Und bei der DPD-3-Messung, ihr packt ja dann zusätzlich noch auf die DPD-1-Tablette, die DPD-3-Tablette hinterher mit drauf und dabei wird das gesamte Chlor freigesetzt. Also auch das verbrauchte Chlor, das gebundene Chlor in den Chloraminen, wird freigesetzt, geht in einen Farbumschlag um und ihr habt sozusagen einen weiteren stärkeren Farbumschlag und einen Messwert, der das gesamte Chlor angibt. Wenn ihr jetzt die TCL, also das Totalchlor, das gesamte Chlor minus den freien Chlor rechnet, dann bekommt ihr den Wert des gebundenen Chlores raus. Und wer das jetzt nicht ganz verstanden hat, ist ganz einfach. Bei der Gesamtchlor-Messung messt ihr wirklich alles an Chlor, was da ist, also auch das Abfallprodukt, die Chloramine. Bei der freien Chlor-Messung messt ihr tatsächlich nur das, was an freiem Chlor theoretisch vorhanden ist im Wasser oder auch was an der Cyanosäure gebunden ist und wieder in freien Zustand übergehen kann. So, und wenn ihr jetzt das gesamte Chlor minus dem freien Chlor rechnet, also abzieht voneinander, Gesamtchlor minus freiem Chlor, dann bekommt ihr den gebundenen Chlorwert raus. Das sind dann eure Chloramine. Also der Wert, der nicht über 0,2 ppm liegen sollte. Oder auch der Wert, der für den typischen Chlorgeruch, diesen Schwimmbadgeruch sorgt und zur Haut- oder Augenreizung führen kann. So, kommen wir zu den Rechenbeispielen. Also bei den Rechenbeispielen werde ich einfache Aufgaben gleich aufzeigen, um einfach nochmal die Abhängigkeit des Chlores von pH-Werten der Cyanosäure nochmal genauer darzustellen, damit man das genauer verinnerlichen kann. Also dazu habe ich jetzt hier eine Tabelle so eine kleine erstellt. Wir fangen an mit einem pH-Wert von 7,0. Ich habe hier jetzt hingeschrieben, wie viel aktiv wirkendes Chlor dann zur Verfügung steht, nämlich 78%. Und wir haben einen Cyanosäurewert von 0 ppm. Somit nimmt uns die Cyanosäure kein aktiv wirkendes Chlor weg. Also bindet nichts an sich, weil keine Cyanosäure vorhanden ist. Gut, wir bestimmen jetzt mit der DPD-1-Tablette den Messwert unseres freien Chlores und haben einen Messwert von 1,0 ausgespuckt bekommen. Könnte der eine oder andere denken, ja, ist ja gar nicht mal so schlecht. Die Richtwerte in Deutschland für öffentliche Schwimmbäder besagen ja einen Wert von 0,3 bis 0,6. Liegen wir ja drüber. Ja, aber wir haben ja gerade gelernt, dass wir diesen Wert ja in Relation zum pH-Werten der Cyanosäure setzen müssen. In diesem Fall nicht zur Cyanosäure, weil die ja 0 hat, aber zum pH-Wert. Das bedeutet in diesem Fall, wir rechnen unseren Wert vom freien Chlor 1,0 durch 100%, um auf 1% zu kommen. Das heißt, 1% entspricht dem freien Chlor-Wert von 0,01. Nehmen wir jetzt diese 0,01 mal 78%, weil wir bei einem pH-Wert von 7,0 ja 78% aktiv wirksames Chlor in unserem Wasser nur haben. Deswegen rechnen wir jetzt diesen 0,01, was ja 1% entspricht, mal 78% und kommen dann auf ein Messergebnis von 0,78 ppm HOCl. Das bedeutet, wir haben effektiv bei einem Messwert von 1,0 bei der DPD-1-Messung an freiem Chlor letztendlich nur 0,78 ppm HOCl in unserem Wasser. Das heißt, aktiv wirkendes Chlor. Das ist halt die Krux an der Sache. Wenn man die Schüttelküvette nimmt, den Messwert abliest und denkt, yo, ist ja genug Chlor drin, ist es leider falsch, weil letztendlich der Wert immer etwas geringer ist, als der tatsächlich gemessene Wert, weil die Schüttelküvette oder auch der Pull-Lab, wenn sie den Wert ausspucken, halt nur den tatsächlichen Wert, der komplett frei verfügbar zu dem Zeitpunkt im Wasser ist, anzeigt, aber das nicht in Relation setzt. Um das Ganze nochmal weiter zu verdeutlichen, jetzt gehen wir einfach mal hin. Wir haben wieder einen pH-Wert von 7,0, 78% HOCl, das bleibt dabei. Die Cyanosäure bleibt auch bei 0, das bleibt auch dabei. Jetzt haben wir aber einen freien Chlor-Wert gemessen von 0,6. Jetzt wäre das ja der obere Richtwert für öffentliche Schwimmbäder. Jetzt wissen wir schon aus der vorigen Rechnung, ja, 0,6 ist ja schön, gut, aber da kommt ja im Leben nicht 0,6 an wirksamen Chlor raus. Nur das bringt uns ja auch wirklich was für die Desinfektion, für die Keimtötung im Wasser. Also rechnen wir wieder die 0,6 durch 100%, um auf 1% zu kommen, dann haben wir das Ergebnis von 0,006 ppm. Rechnen wir dieses Prozent, also die 0,006 mal die 78% wieder, kommen wir auf ein Endergebnis von 0,468 ppm HOCl. Also ihr seht, hier wären wir noch über der 0,3, die empfohlen ist, also zwischen 0,3 und 0,6 wird ja immer gesagt, hier hätten wir tatsächlich noch genug HOCl im Wasser, also das Wasser würde nicht umkippen, es würden keine Algen entstehen oder etc. pp. Aber wir haben ja noch keine Cyanosäure in unserem Wasser. Und hier nochmal ganz kurz, effektiver Wert von 0,47 ppm an HOCl haben wir dann im Wasser, ist aufgerundet. Und jetzt kommt der Nachteil der Cyanosäure. Jetzt werden wir hingehen weiterhin bei einem pH-Wert von 7,0 bleiben. Das ist ja eigentlich schon der optimale pH-Wert. Aber jetzt werden wir mal 10 ppm Cyanosäure zu unserem Wasser hinzufügen, sodass die Cyanosäure ja auch nochmal einen gewissen Anteil des freien Chlors, oder sprich der HOCl, an sich bindet. Hier ist jetzt angegeben die 63% der Anteil des HOCl, was im Wasser übrig bleibt, also fair bleibt. Der inaktive gebundene Teil an der Cyanosäure wäre in dem Fall die 37%. Aber uns interessiert ja, wie viel HOCl wir haben und nicht wie viel gebunden wird. Hier wieder die normale Rechnung eben auch. Wir haben einen Messwert von 0,6 bei der DPD1 freien Chlormessung erhalten. Wir rechnen das wieder runter auf 1%. Das haben wir jetzt ja schon zweimal gemacht. Den Wert rechnen wir mal 78% in Bezug auf den pH-Wert hier, 7,0, und bekommen 0,468 an HOCl in ppm aus. Das hatten wir eben schon. So, jetzt nehmen wir die 0,468, die wir hier an HOCl in ppm gemessen haben, teilen die ebenfalls durch 100, um auf 1% zu kommen. Dann bekommen wir einen Wert von 0,0468 ppm raus. Hier steht jetzt FCl, kann man sich drüber streiten. Ich meine, letztendlich, was ganz am Schluss rauskommt, ist ja erst HOCl. Also lasst euch da nicht verwirren. Jetzt rechnen wir die 0,00468 ppm, also das eine Prozent, was wir ausgerechnet haben, mal die 63% HOCl der Cyanosäure und kommen dann nur noch auf einen Wert von 0,2948 ppm HOCl. Das bedeutet, wir haben effektiv in unserem Wasser nur noch 0,3 ppm HOCl, obwohl wir einen Messwert von 0,6 haben. Und ihr ahnt schon, wohin die Reise geht. Wir messen mit der dpt1 Messung einen freien Chlorwert von 0,6, haben einen idealen pH-Wert von 7,0 und vielleicht sogar 20 ppm Cyanosäure in unserem Wasser. Und schon liegen wir unterhalb der Grenze, die empfohlen wird für öffentliche freien Schwimmbäder. Das heißt, das Wasser ist nicht mehr ausreichend geschützt, sprich die desinfizierende Keimtötenwirkung ist im Wasser nicht mehr gegeben. Das Wasser kann umkippen, es können sich Algen bilden, es kann zu Bakteriumwachstum kommen. So, jetzt habe ich hier nochmal anhand der Diagramme, die wir gerade eben gesehen haben, mal ein paar Werte errechnet. Hier unten drunter steht nochmal explizit, dass es eine Abweichung zu den Apps und den Rechentools gibt, die ich nochmal in Teil 3 erwähnen werde kurz. Also diese Werte, die wir jetzt per Hand errechnet haben, sind wirklich nur grobe Richtwerte. Die sind nicht 100% genau. Wenn ihr es 100% errechnet haben wollt, nutzt die Rechentools oder die Apps. So, dann gehen wir mal ganz kurz auf die Tabelle ein. Die ersten drei Werte hier entsprechen eigentlich den Werten, die wir gerade per Hand im Dreisatz errechnet haben, wo wir gesagt haben, 1,0 Chlor, wir haben 7,0 pH, Cyanosäure 0, dann haben wir letztendlich ein HOCl-Wert von 0,78. Das ganze, also pH-Wert, Cyanosäure-Wert bleibt. Beim freien Chlor-Wert von 0,6, also einem geringeren FCl-Wert haben wir nur noch 0,47. Bei 0,6 FCl, pH von 7,0 und 10 ppm Cyanosäure haben wir nur noch einen Wert von 0,3 ppm an HOCl, also wirksames Chlor in unserem Wasser. Das bedeutet, wenn ihr diese beiden, ich sag mal, guten Werte ihr habt und habt 0,6 gemessen, seid ihr gerade so an der unteren Kante, an der unteren Grenze am Kratzen, wo das Wasser noch ausreichend desinfiziert wird. Gehen wir jetzt einen Schritt höher. Wir haben weiterhin die 0,6 gemessen und freuen uns, weil wir es nicht besser wissen, haben ein pH-Wert von 7,3 und 10 ppm Cyanosäure in unserem Wasser, haben wir nur noch 0,24 an HOCl in unserem Wasser drin. Das Spielchen kann mir jetzt beliebig oft weiterführen. Hier habe ich nochmal aufgezeigt, pH-Wert 7,3, 20 ppm Cyanosäure haben wir noch nicht mal mehr 0,2, also 0,18 nur in unserem Wasser. Und ich meine, die Werte mit den Apps, die lagen sogar noch etwas drunter. Das heißt, das hier ist sogar noch etwas schöner gerechnet. Per Hand jetzt. Gehen wir jetzt aber dazu über und haben einen FCL-Wert von 1,2 gemessen. Bei pH 7,3 und 20 ppm Cyanosäure haben wir immerhin noch 0,36 im Wasser. Haben wir einen freien Chlor-Wert von 2 ppm. Bei 7,3 pH und 20 ppm Cyanosäure haben wir noch 0,6 ppm H-OCl in unserem Wasser. Und ihr seht, auch da, wohin die Reise geht, habt ihr Cyanosäure in eurem Wasser und nicht den idealen pH-Wert, ist es immer besser, mehr als die empfohlene Menge an freiem Chlor in eurem Wasser zu haben und messen zu können. Weil ihr sonst immer am unteren Ende kratzt oder im schlechtesten Fall sogar niedriger seid, als die untere Grenze von 0,3, die empfohlen wird. Weil wichtig ist das HOCl, das wirksame Chlor. Wie gesagt, das hat die desinfizierende Wirkung. Kommen wir zu den Richtwerten. Die Richtwerte, die ich herausgesucht habe, die sind eher auf Deutschland bezogen. In anderen europäischen Ländern können diese Werte anders sein. Die Werte sind teilweise auf öffentliche Schwimmbäder bezogen, aber teilweise auch auf unsere privaten Pools. Weil wir haben halt bei den privaten Pools keine automatischen Mess- und Regelanlagen mit verbaut, die die ganze Zeit die Wasserwerte nehmen und nachregeln. Deswegen ist es schwierig, diese 0,3 bis 0,6 ppm Chlor im Wasser zu halten. Sprich, im Schwimmbad messen die tatsächlich den FCL-Wert nur. Aber dadurch, dass die im Schwimmbad keine Cyanosäure nutzen, haben die selbst mit diesen 0,3 bis 0,6 ppm FCL ausreichend wirksames Chlor im Wasser, weil die keine Cyanosäure nutzen. Dafür haben die andere Probleme, aber ihre automatischen Systeme am Laufen die messen. Kommen wir zum pH-Wert. Dieser sollte, wie schon so oft erwähnt, zwischen 7,0 und 7,4 liegen. Wenn ihr euch hier etwas unsicher seid, wenn der pH-Wert mal bei 6,9 liegt, ist das nicht weiter tragisch. Habt ihr jetzt einen Edelstahlpool, der liegt weit drunter, erhöht den pH-Wert, weil sonst könnte es irgendwann rosten. Liegt der pH-Wert mal bei 7,5, für ein, zwei Tage ist das auch nicht unbedingt weiter tragisch, solange genug freies Chlor, sprich aktiv wirksames Chlor in eurem Pool habt. Wenn ihr euch hier unsicher seid, geht bitte zurück auf das Diagramm vom pH-Wert, dann könnt ihr es grob abschätzen. Gebundenes Chlor oder die Chloramine sollte nicht über 0,2 ppm liegen. Wie gesagt, ihr habt die Gesamtchlormessung absolviert, ihr habt die Freiklormessung vorher absolviert. Gesamtchlor minus freiem Chlor gleich gebundenes Chlor oder Chloramine. Liegen diese Chloramine über einen Wert von 0,2, ich sag mal 0,3, 0,4 höher, dann habt ihr diesen typischen Schwimmbadchlorgeruch und es kann zu Haut- und Augenreizung führen. Wie ihr diese Werte senken könnt, dazu kommen wir später in Teil 3. Der freie Chlor-Wert oder das FCL wird offiziell angegeben mit einem Richtwert zwischen 0,3 und 0,6 ppm. In Foren wird gerne angegeben 0,3 bis 3 ppm. Es kommt halt darauf an, wo euer pH-Wert tatsächlich liegt im Wasser und wie hoch euer Cyanosäurewert ist. Habt ihr zum Beispiel einen Cyanosäurewert von 60 aufwärts, was viel zu hoch eigentlich ist, kann man aber mal haben, wenn man nicht darauf achtet oder man hat es gar nicht vorher gewusst und misst jetzt zum ersten Mal. Habt ihr also einen Cyanosäurewert über 50 und höher, dann ist das selbst mit dem 3,0 teilweise so eine Zwicky-Sache. Deswegen gebe ich euch nachher nochmal ein paar Empfehlungswerte an der Hand, wo ihr dann genau abschätzen könnt, okay, wenn ich das und das habe, dann brauche ich nur auf diesen Wert achten. Aber halten wir fest, in Foren wird definitiv mehr an freiem Chlor empfohlen, weil die genau wissen, dass die meisten Leute organisches Chlor, sprich Cyanosäurewasser haben und organisches Chlor nutzen. Dann kommen wir auch direkt zur Cyanosäure, die sollte maximal bei 20 ppm liegen. 25 ppm geht auch noch, sage ich mal. Aber alles darüber hinaus, da solltet ihr wirklich gucken, dass ihr den Wert senkt, weil ansonsten zu viel freies Chlor an der Cyanosäure gebunden wird und somit weniger an HO2L in eurem Wasser sich befindet. Die Alkalinität oder Karbonathärte, da gibt es jetzt verschiedene Bereiche. Für Fiberglas oder Folienpools ist der ideale Wert zwischen 80 und 100 ppm. Bei Beton- und Fliesenpools liegt dieser Wert bei 150 bis 160 ppm. Und bei Whirlpools oder Warmwasserbecken liegt er bei 80 bis 120 ppm. Nochmal ganz kurz zum TA-Wert, das war quasi die pH-Stabilisierung. Liegt er unterhalb von 80, schwankt der pH-Wert sehr stark. Das heißt, er lässt sich sehr leicht beeinflussen auf gut Deutsch. Er ist nicht stabil, ist er viel zu hoch, bekommt er den anfangs fast gar nicht runter. Ihr müsst sehr viel am pH-Senker dazugeben. Deswegen solltet ihr so um die 80, ist ein guter Wert, 80 bis 100 einhalten, dann passt das. Außer ihr habt einen Beton- oder Fliesenpool, dann achtet halt auf die 150. Kalziumhärte, das hat man ja auch schon. Diese sollte bei 150 bis 300 ppm liegen, was in etwa einem deutschen Härtewert von 8,4 bis 16,8 entspricht. So, jetzt kommen wir zu den die ganze Zeit beworbenen Empfehlungswerte. Ich will euch jetzt hier mal einfach mal drei Beispiele geben für Wasser, was ihr haben könnt. Und für einen FCL-Wert, womit ihr immer auf der sicheren Seite seid. Das heißt, in diesem Fall, ihr habt Wasser ohne Cyanosäure, weil ihr nur anorganisches Chlor nutzt und ihr habt einen pH-Wert zwischen 7,0 oder 7,4. Da sollte ja immer grob drin liegen. Dann empfiehlt es sich, meiner Meinung nach, einen freien Chlorwert von 0,9 ppm im Wasser zu haben, was einer HOCL-Range, also einem HOCL-Bereich von 0,52 bis 0,7 entspricht. So, warum 0,52 und 0,7? Die 0,52, der geringere, oder ich sag jetzt mal ganz böse, schlechtere Wert, bezieht sich auf die pH 7,4. Wenn ihr einen pH-Wert von 7,0 habt, haben wir ja eben schon gehabt, dann habt ihr mehr HOCL im Wasser, dann habt ihr sogar die 0,7 ppm. Wenn der Wert jetzt beim pH-Wert auf 7,5 hochgehen sollte, seid ihr immer noch im Bereich über 0,3, dass das Wasser ausreichend geschützt ist. Wenn er natürlich gegen 7,8 geht, auch dann sind diese Werte irgendwann zu gering. Also man sollte schon darauf achtgeben, dass der pH-Wert in dem richtigen Bereich liegt. Man könnte ja auch auf 1,0 ppm gehen, wäre auch noch zu verkraften. Also auch wenn ihr 0,7 oder 0,8 ppm HOCL, also aktiv wirksam Chlor in eurem Wasser habt, ist das nicht schlimm. Das tut euch nichts, das tut auch nicht weh, das macht auch nichts. Das gebundene Chlor ist wirklich das, was eher schädlich für euch ist. Also macht euch hier keine Sorgen. Habt ihr nun Wasser mit 10 ppm Cyanosäure und einem pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4, dann empfiehlt es sich meiner Meinung nach, einen freien Chlorwert von 1,7 ppm im Wasser zu haben. Das entspricht einem aktiv wirksamen Chlorbereich von 0,52 bis 0,69 ppm. Also wieder 7,4 pH-Wert entspricht dem 0,52. Der bessere pH-Wert, 7,0, würde dann den höheren HOCL-Wert von 0,69 entsprechen. Habt ihr jetzt Wasser mit 20 ppm Cyanosäure und wieder einen pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4. Ich sage mal, dieser dritte Wert ist das, was ich für mich versuche immer zu erreichen. Also ich habe bis jetzt noch nicht mit anorganischem Chlor gearbeitet, muss ich dazu sagen. Ich will das aber jetzt mal in Angriff nehmen. Also ich versuche doch zur Zeit das Wasser auf 20 ppm zu bringen. Bin gerade aktuell sogar bei 22 ppm und werde jetzt auf anorganisches Chlor mal umsteigen. Habe ja noch dadurch dann die Stabilisierung der Cyanosäure. Muss nicht so oft nachkippen, nicht so oft nachmessen und habe eigentlich nur die Vorteile. So, habt ihr jetzt also 20 ppm Cyanosäure in eurem Wasser bei einer Range von 7,0 bis 7,4 mpH-Wert, empfiehlt es sich einen freien Chlor-Wert von 2,3 ppm im Wasser zu haben. Solange ihr diesen Wert grob im Wasser habt, seid ihr auch hier wieder in einem Bereich von 0,53 bis 0,71. Das heißt, ausreichend genug. Geht der pH-Wert auch hier mal auf 7,576 hoch, seid ihr immer noch bei den 0,3 und drüber. Das heißt, ihr seid ausreichend geschützt. Auch hier, wenn ihr mal den ppm Wert 2,2 oder 2,5 oder 2,4 haben solltet, ist das nicht schlimm. Lieber ein bisschen mehr Chlor im Wasser als viel zu wenig, sage ich mal. So, dann vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es auch schon Teil 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst uns doch bitte ein Like oder sogar ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich, dann sehen wir uns noch in Teil 3. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.